Hast du die Frage nicht verstanden? Soll ich die beantworten? Vor einem Jahr? Da haben wir uns einfach kennengelernt, der liebe Bernd und ich. Es war magisch, wie aus diesem, 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 ah, dieser Liebesgeschichte. Ich stand auf dem Balkon und dann habe ich ihn gesehen, unter mir. Er war plötzlich da und ich wusste, er ist es. Er so, ach, mir fällt der Name nicht ein. Mit, ähm, mit S. Jacques Bärre? Shakespeare. Jacques Bärre? Shakespeare. Mhm, genau, das habe ich ja gerade gesagt. Bernd, jetzt sprich doch mal, jetzt sind wir hier doch eingelangt. Jetzt musst du dich mal ein bisschen zusammengeschätzen. Ich war früher mal im Laternenbauverein. Also ich halte mich total gerne an die Zeit zurück. Die Lampen, die haben dann immer so schön geleuchtet. Und wir sind dann immer zusammen durch die Straßen gelaufen. Es war einfach total schön. Ich würde das gerne nochmal erleben. Ich finde es... Nein, Bernd. Da geht es doch um die zwei. Wie heißen die denn jetzt nochmal? Das gibt es doch nicht. Juppert und Julian. Ja, ja. Das gibt es doch nicht. Ja.